So, hier ist das Event. Vor dem Event möchte ich natürlich nochmal eben kurz in die Stadt. Ne, erstmal Monster-Gilde. Mal gucken, was die Männer mit Hut bringen. Die bringen immerhin einen Ring. Und so einen Ring kann man gebrauchen. Was kostet der sonst im Shop? 1000 oder so, ne? Oder 1500? 1000. Komme ich einen, tausche ich mal einen. Braucht ihr nämlich noch später. Und dann kombinieren. Was kann man mit dem Mage denn kombinieren? So ein Auge. Oder so eine Mumie. Und mit dem? Nur das Übliche. Dann nehmen wir so ein Auge. Und mit dem. Das war's. Ja, okay. Mal sehen, ob es jetzt noch irgendwelche Titel gibt. Ah, das haben wir noch nicht. Brauchen wir 25 mal Combine. Ja, das wird auch ein bisschen dauern. Aber Experimentalist. Das heißt, wir haben 10 mal was geschmiedet. Ah, und da haben wir schon den Skill Magic ab. Und nochmal Eisniedel. Alles gut. Das nächste Mal gibt's nach 50 Schmieden. Das wird auch mal ein bisschen dauern. Gut. TP habe ich momentan noch zu wenig, um was Interessantes zu bekommen. Waffen aufrüsten. Ja. Für Rüstung ist einfach kein Geld da. Ja, und für hier. Das würde einen Aktionspunkt immerhin bringen. Aber ich spare mir die ab hier lieber. Ich brauche die bestimmt nochmal. Dringender. Irgendwas tolles Neues schmieden ließ ich, glaube ich, auch nicht. Dann muss ich nochmal eben Vorräte einkaufen. 12 Fragments of Lives. Wie viel kann ich maximal wieder rumschleppen? 20. Kommt, dann nehme ich noch 3 dabei. So, die Bosskämpfe können das schon ganz in sich haben. So. Und diesen Bosskampf hebe ich mir dann aber für morgen auf. Also, danke, dass du zugeschaut hast. Tut mir leid, dass ich in den letzten Folgen jetzt keine Verabschiedung und Begrüßung hatte. Wie gesagt, Wecker nicht gestillt. Und habe jetzt mal so auf gut Glück einfach ein paar Folgen aufgenommen. Müssten so 4 oder 5 gewesen sein. Also, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Tschüss.